Hi und herzlich willkommen bei uns. Heute soll es einen kürzeren Podcast geben, denn wir sind krankheitsbedingt etwas gebeutelt gewesen und konnten keinen Podcast mehr für diesen Montag aufnehmen. Dementsprechend haben wir uns an unseren Partner Shop 2 gewanden, nämlich den Michael. Da habe ich nämlich für das Jahresspecial, das ist auch verlinkt in der Infobox unten, mit ihm einen Beitrag aufgenommen. Der Podcast geht knapp 20 Stunden und da werden alle möglichen Partner, Entwickler und weiß der Teufel noch wer alles. Ich habe den Podcast selber noch nicht gehört, weil wo ich das jetzt aufnehme, ist der Podcast noch nicht raus. Und bilden einen ca. 20-stündigen Jahresabschluss von Shop 2 und das ist ein großes Highlight und da kann ich jeden nur zu einladen, da mal reinzuhören. Und ich durfte, vielen Dank an dieser Stelle, auch nochmal daran teilnehmen. Und wir haben ein bisschen über das Jahr 2021 gequatscht, viel Gaming, viel Filme, natürlich auch Warhammer. Und ich denke, das ist ganz cool, so nach den Weihnachtsfeiertagen hier nochmal einen kleinen Beitrag von uns zu haben. Und wenn ihr die volle Dröhnung haben wollt, dann geht auf jeden Fall auf den Feed von Shop 2 und hört euch das komplette oder den kompletten Podcast an. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Ausschnitt und viel Spaß mit dem großen Abschnitt. Gerade bin ich noch eingeschlafen mit seiner Stimme im Ohr, mit der neuesten Folge von Adeptus Stammtisch. Jetzt ist er bei mir in der Leitung. Hallo Jan. Hallo Jan Krumlin von Adeptus Stammtisch. Ein gutes Beispiel, was dieses Jahr sich alles verändert hat. Anfang des Jahres haben wir ja mit unserem Warhammer Special gestartet, was sehr, sehr erfolgreich läuft. Inzwischen durchschnittlich zwischen 20 und 30 Prozent aller Zugriffe auf Shop 2 gehen auf Warhammer Inhalte. Wobei, wenn ich dazu sagen muss, das sind wirklich die Zugriffe und gar nicht jetzt in Relation zu den Inhalten, sondern wir haben wahrscheinlich einmal am Tag eine Warhammer News und so weiter. Aber wir sehen einfach, da ist Bedarf da und die Zugriffe steigen, was das betrifft. Und ein Partner, der uns da auch geholfen hat, dass wir da wirklich auch schön starten können, ist Adeptus Stammtisch. Und darum freue ich mich sehr, dass du eigentlich Stellvertreterin für das ganze Team auch heute dabei bist und mit mir über deine Highlights 2021 plauderst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Gott, das ging ja eben runter wie Butter. Nein, nein, also aber alles die Wahrheit. Also wie gesagt, ihr habt uns super geholfen und du vor allem auch. Ja, weil viele der Specials und Artikel, die ihr zum Thema Warhammer lest, sind auch direkt vom Jan. Oder Jan hat mitgeschrieben teilweise. Also da ist wirklich eine große Hilfe, dass wir da eine gewisse Kompetenz aufbauen können. Und wir sind da ja noch lange nicht am Ende des Weges, da haben wir noch einiges vor. Lass uns starten über das Jahr 2021. Lass uns starten mit den Videospielen. Wie sieht es da aus? Ja, ich weiß, du bist Videospieler, hast Konsolen, hast PC. Was war da dein Highlight? Tatsächlich, ich musste bei der Frage ein bisschen überlegen, weil ich habe das jetzt für mich so abgesteckt, alles, was ich dieses Jahr gespielt habe, also nicht so meine All-Time-Favorites, die ich sowieso mal spiele, sowas wie World of Tanks. Und da konnte ich mich nicht so ganz entscheiden. Ich muss jetzt hier ein bisschen schummeln. Ich habe zwei Titel genommen. Du darfst ruhig schummeln, ja. Ist er laut bei uns. Okay. Ich habe Anfang des Jahres vom Kumpel zum Geburtstag Ghost of Tsushima geschenkt bekommen. Mhm. Und das hatte ich bis dahin nicht gespielt. Und das war auch mein letzter Titel, den ich auf der Playstation 4 und auf der alten Konsolengeneration gespielt habe. Oh, und ich war verliebt in dieses Spiel. Es war wirklich gut. Mir hat das Gameplay gefallen, mir hat die Story gefallen. Es sah wirklich schick aus. Mhm. Und, ähm, ja. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und passt auch total, weil dieses Jahr kam ja auch noch ein Director's Cut dann im Sommer. Ja, genau. Genau. Und, äh, aber tatsächlich, das Spiel, was die meisten Stunden bei mir aufs Konto hervorgerufen hat, dieses Jahr, war aus dem Xbox Game Pass, nämlich Hades. Okay. Ja, sehr schöne Spiele. Ja. Und der Gameplay-Loop, ich habe von Sven bei uns aus dem Team gehört, der hat mir gesagt, hier, guck dir das mal an, das ist ein Indie-Titel, richtig cool. Und der hat mich komplett abgeholt. Also, dieses Gameplay hat mich wirklich nicht mehr losgelassen. Ich habe wirklich Abende, um Abende, um Abende gesessen und habe immer wieder den gleichen Grind durchgemacht. Und das wurde nie langweilig. Ist ja ein, ein, ja, wie soll man es formulieren, ein narratives Rook-Like. Ja, so würde ich es ja am besten noch platzieren. Spielst du generell Rook-Likes oder ist das eher dein erstes Erlebnis in dem Genre? Ähm, ja, nein. Also, ich habe Dark Souls, wenn man das da mit reinsetzen kann, ähm, spiele ich super gerne, auch sehr, sehr auf hohen Schwierigkeitsgraden. Ähm, aber tatsächlich, ansonsten hatte ich da noch keinen nennenswerten Kontakt. Und auch keine 2D-Vertreter, also? Nee, ich habe hinterher dann Enter the Gungeon angefangen, was mir auch ganz gut gefällt, aber Hades ist da nochmal eine andere Klasse, meiner Meinung nach. Sehr schön. Ja, sind beide Spiele, glaube ich, wo viele unserer Hörer d'accord gehen werden und sagen, okay, das sind wirkliche Highlights. Also, vor allem sehr unterschiedliche natürlich. Ja, das eine, ein Open-World-Action-Adventure, das andere, dieser Rook-Like. Aber Hades ist einfach schön. Vor allem, ich finde einfach das narrative Element einfach großartig umgesetzt. Ja, die Stimmen und die Erzählweise dieser Geschichte, ja, das ist schon sehr, sehr witzig und sehr gut gemacht. Ich mag auch dieses Augenzwinkern, das sie für die griechische Mythologie nehmen. Also, auch so Charaktere wie Dusa, eine kleine, was ist das, glaube ich, eine Gorgone, glaube ich? Ja, ja. Die quasi die Hausfrau ist und die hat halt keine Hände, aber die ist dafür zuständig, den ganzen Staub in der Eingangshalle vom Tartarus zu entfernen. Finde ich großartig. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, schreit mal voran in dem Podcast und kommen zum Film des Jahres oder zum Film an. Wie sieht es da aus? Ähm, tatsächlich war es nicht Marvel dieses Mal. Also, die letzten Jahre konnte man eigentlich immer einen safen Einsatz, sage ich mal, auf Marvel setzen. Aber dieses Jahr war es für mich auch ein Nachholfilm, nämlich Baby Driver von Edgar Wright. Ja. Gibt's bei Amazon Prime. Und der war einfach so anders von seiner Macher, dass der mich wirklich mitgenommen hat. Also, ähm, das ist ja ein Heist-Movie. Und, ähm, der ganze Film erzählt einen Großteil seiner Story über die Musik, die im Hintergrund läuft. Und das hat auch einen dramaturgischen Grund, sage ich mal. Jetzt geht das Telefon. Das hat auch einen dramaturgischen Grund. Und, ähm, ja. Also, es ist mega gut. Hat mir extrem gut gefallen. Ähm, ich höre auch den Soundtrack inzwischen immer bei Spotify. Ähm, ist wirklich ein geiler Film. Kann ich jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Nein, kann ich nicht unterschreiben. Ist, 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 ist wirklich cool. Wenn wir schon bei, bei Amazon Prime und Netflix und so weiter sind, wie sieht's denn mit den Serien aus? Das war doch ein, 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 ein starkes Jahr für, für viele im, im Serienbereich, ja. Aber was ist gekommen, um, um zu bleiben, wo wir es auch in zwei, drei Jahren sagen, uh, das ist eine Serie, da freue ich mich, wenn's Nachschub gibt. Ja, auch hier muss ich, musste ich erstmal wieder schummeln. Ähm, tatsächlich bis vor zwei Wochen hätte ich nicht daran gedacht, dass, äh, etwas für mich Ted Lasso dieses Jahr vom, äh, von der Liste, äh, oder vom Platz 1 runterholt, weil, ähm, Ted Lasso war für mich einfach so ein Überraschungshit bei Apple, gibt's das. Und, äh, ist eigentlich eine Fußballserie, die aber nicht so zwangsweise um Fußball geht. Ich glaub, äh, da, da ist, es ist sowieso, ähm, tief eingebrannt bei uns, auch bei den Hörern, dass, dass man die sehen muss, ja. Ja. Ich weiß, viele haben's ja noch nicht gesehen, weil sie keinen Apple TV haben und so weiter, aber das ist der Grund, warum er sich da mal einen Monat holt und... Auf jeden Fall. ...Foundation und Ted Lasso schaut. Ja, das ist unfassbar. Also, das hat mich wirklich sehr, sehr abgeholt und einem wachsen die Charaktere auch sehr ans Herz. Ja. Aber, jetzt kommt das dicke Aber, man hat es vielleicht bei uns im letzten Stammtisch schon gehört, es gab eine andere Serie, die mich einfach komplett weggeschossen hat, quasi, und das war Arcane, a League of Legends Story. Mhm. Als jemand, der vorher absolut gar nichts mit League of Legends anfangen konnte, ja, es war einfach vorbei, also ich hab das Ding wirklich durchgebinged, ähm. Ist großartig, ja. Ich weiß nicht, warum andere das nicht so hinkriegen, also, das ist qualitativ so ein Brett. Das kann ich da schon sagen, warum andere so nicht hinkriegen, weil die wahrscheinlich das Zehnfache gekostet hat. Ja, gut. Von anderen Animationsserien, plus die doppelte Entwicklungszeit-Katte, also, ich hab die schon an der Stelle auch gesagt, mal sehen, wann da eine zweite Staffel kommt, das wird ein bisschen dauern. Ja, das ist schon sehr, sehr hochwertig produziert, aber halt nicht nur handwerklich, sondern eben überall, Sounddesign, Story, also, da sitzt einfach alles, das passt, ja, ist einfach schön, das kann man sich anschauen und eben, so wie du gesagt hast, du hast noch League of Legends nicht gesehen, wurscht, ja, schaust einfach an, ist eine großartige Geschichte. Spätestens dann möchte man mehr von League of Legends wissen. Ja, ich, 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 ich kenne jetzt schon einige, die, die jetzt nicht das, das große League of Legends gespielt haben, aber zumindest die, die mobile Version, die es ja auch gibt, und, und die wird anscheinend, ja, generell, das sind die Verkaufs, also, die, die Downloadzahlen deutlich in die Höhe geschossen, und ich kenne jetzt wirklich auch einen in meinem Umfeld, die sagen, unterwegs spiele ich jetzt plötzlich dieses Spiel, wegen Arcane. Ja, ähm, ist, also, ich bin absolut kein Mobile-Gamer, ich hab mich immer verweigert, weil ich auch die Steuerung furchtbar fand, aber League of Legends Wild Rift hat es echt geschafft, mir ein Mobile-Game zu verkaufen, und wo ich sage, das steuert sich butterweich, großartig. Sehr schön. Ich hab das auch im Urlaub jetzt super viel gespielt. Sehr schön, na, ist ein, ein, ein großartiger Tipp, und ich bin mir auch sicher, dass, das hören wir noch das ein oder andere Mal heute im Podcast, dass Arcane eine der Serien des Jahres ist. Ja, dann kommen wir zum Buch, Schrägstrich Comic des Jahres, wie sieht's da aus? Hast du Comics gelesen, Bücher gelesen, abseits der, der, der Studium, äh, Literatur? Ja, es hat tatsächlich abgenommen, äh, zum Studium, weil man dann eher immer Sachbücher liest, aber tatsächlich, äh, einen Comic hab ich gelesen, und daran bist du nicht ganz unschuldig, ähm, nämlich, ich hab den neuen Asterix-Band gelesen. Sehr schön. Ich hab damals, äh, ich hoffe, er hat dir gefallen. Ja, super. Ähm, ich hatte das Review gehört von dir und deiner Tochter, und, ähm, hab dann auch zeitgleich hinterher noch das Review von einem der deutschen Philosophen, äh, Richard David Precht gehört, der auch absolute Asterix-Fan ist. Da hab ich gedacht, komm, jetzt nimmst du das mal mit beim, beim Einkaufen, ich fand ihn großartig, also, der macht wirklich Spaß, ist auch tatsächlich, so als kleiner pädagogischer Tipp zwischendurch, gar nicht so, äh, ungeeignet für die Schule, für die Grundschule. Ähm, ähm, und, ja, er hat einfach Spaß gemacht, wie gesagt, ich hab ihn jetzt im Urlaub auch nochmal gelesen, weil man findet, auch beim zweiten, dritten, vierten Mal lesen immer noch neue Sachen. Ah, das ist das Schöne am Asterix, ja, das ist ja auch, ist ja auch so, dass halt, äh, wenn du Asterix liest, ähm, Jahre später, die du in der Kindheit gelesen hast, dann, 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 dann verstehst du ja viele Anspielungen ja viel, viel besser, und, und, und entdeckst neue Sachen, also, das ist großartig. Ja, total. Sehr schön. Nein, absolut, ähm, berichtenswert, ja, also, neue Asterix war für mich auch eines der großen Comic-Highlights dieses Jahres. Ja. Und beim Buch hab ich mir auch wieder zwei rausgesucht, nämlich ein Hörbuch, weil ich gehe tatsächlich inzwischen dazu über, eher Hörbücher zu hören, weil ich... Ist erlaubt. Ja. Geht mir nicht anders, ja. Ja, wie gesagt, einfach, weil, wenn ich lese, dann halt für die Uni und dann lieber auf Autofahrt nochmal Hörbücher oder so, ne. Und ich habe jetzt, gerade gestern, habe ich, äh, The Siege of Terra Mortis von, äh, der Horus-Heresie, also aus dem Warhammer-Universum beendet. Ja. Ähm, ja, ist der fünfte Band, also relativ in der Mitte, den sechsten gibt es ja schon, und den siebten haben sie jetzt auch angekündigt am Samstag. Ähm, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende der Horus-Heresie und dem großen Ereignis, was das Warhammer-40-K-Universum geprägt hat. Genau. Lass uns ganz kurz ein paar Zeilen einfügen für alle, die jetzt, ähm, bevor sie, bevor sie, bevor sie komplett abdriften. Ja, da geht es um Warhammer, ja, äh, da geht es um eine, eine sehr, sehr große, bekannte Storyline, die da in sehr vielen Romanen erzählt wird, ja. Da geht es aber eben nicht um Warhammer Fantasy oder Warhammer 40.000 im eigentlichen Sinn, sondern, ja, man könnte eigentlich sagen, es ist Warhammer 30.000. Also, das spricht rund 10.000 Jahre vor den Ereignissen von Warhammer 40.000, und da geht es halt um den Grund, warum der Imperator dann in diesem goldenen Thron sitzen muss und eigentlich schon so halb tot ist. Ja, ne, ja, also ja. Ich würde mich gerne ausbessern, also, wie gesagt, du bist der Experte. Ja, also, das ist richtig, aber tatsächlich scheint es sich so ein bisschen zu ändern, jetzt die Storyline. Also, man merkt schon, sie schreiben was um, was vorher eigentlich gesetzt war an, äh, an Lore, schreiben sie ein bisschen um, und, ähm, sie haben jetzt quasi die Nachfolgerei schon gestartet, was ich ein bisschen seltsam fand. Mhm. Ähm, die nennt sich Dawn of Fire, und die spielt dann im 40. Jahrtausend, und ... Und greift aber wieder zurück, oder, da, 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 da lese ich das, aber am zweiten Band. Ja, genau, genau, und, äh, ich meine, ich, es fühlt sich ja schon anders, als würde da was kommen in den nächsten, sag ich mal, 15 Jahren. Also, unsere Zeit jetzt. Ja, genau, sie, also, sie haben, ähm, Samstag, haben sie den Klappentext von dem neuen Band gezeigt. Ja, ich glaube, äh, sie ziehen es langsam durch, dass sie, äh, weitergehen mit der Story, weil es ist ja immer so ein bisschen, dass, die Kritik an Warhammer 40k, dass sie sich immer nur auf der Stelle bewegen. Ja, aber gerade die letzten zehn Jahre ist da doch einiges passiert, ne? Ja, aber eher bei Age of Sigmar, finde ich. Ähm, und, ja. Also, ich will nicht spoilern, aber es gibt, glaube ich, eine sehr große Veränderung im nächsten Buch, ähm, und ich bin mal gespannt. Spannend. Ja. Ja, und das zweite Werk, was ich tatsächlich gelesen habe, ähm, war von Ken Follett, ein historischer Roman, nämlich Sturz der Titanen. Okay. Ähm, da geht es um die europäischen Großnationen, äh, die langsam in den Ersten Weltkrieg gehen, äh, oder sich auf den Ersten Weltkrieg zu bewegen. Und, äh, das ist halt die Geschichte aus fünf, äh, Familien, oder von fünf Familien. Und jede dieser Familien, äh, ist Teil einer anderen Nation. Und, ähm, am Ende überschneiden sich halt dann die Storylines und es wird da dann auch natürlich der Erste Weltkrieg entfesselt. Und, äh, das ist wirklich ein berührendes Buch. Manchmal, also, wer Ken Follett kennt, weiß, wenn ich sage, es artet manchmal ein bisschen zu sehr in, äh, explizite Darstellungen von, äh, man kann nicht sagen, es ist irgendwann ein bisschen Bookporn. Aber, ähm, naja, es ist halt Ken Follett. Aber ansonsten ist es wirklich fantastisch geschrieben und es ist auch meiner Meinung nach noch stärker als, äh, Die Säulen der Erde. Ich bin sehr gespannt. Äh, was mich auch interessiert, ist ja jetzt dein neuestes Buch, das jetzt dieser Tage erschienen ist, ja. Äh, das heißt, die letzte Entscheidung. Und da geht's, ähm, um ganz aktuelle Ereignisse. Um China, um, um Russland, um, was alles so jetzt gerade auf der Erde unterwegs ist und, und zu was das führen kann. Oh, das klingt spannend, ja. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Es ist, ich glaube, ich jetzt vor den letzten Tagen, also wirklich, wenn wir aufnehmen, wir nehmen jetzt Mitte Dezember auf, war das jetzt vor zwei, drei Tagen überall in den Medien. Also, ich, ich hab's noch nicht gelesen, hab's noch nicht gehört, aber ist, äh, auf meiner Wunschliste, äh, die 880 Seiten schrecken mich in meiner derzeitigen Zustand, wo ich einfach überhaupt keine Zeit hab, ab, aber ist, ist, ich muss mal schauen, ob es das Hörbuch schon gibt. Also, die Hörbücher von Ken Follett kann ich echt empfehlen, die sind sehr gut gelesen. Sind, sind gut, habe ich auch schon einige gehört und so weiter, aber, ja, aber interessiert mich extrem, weil es einfach, äh, diesmal halt deutlich weitergeht. Und es soll auch in der Tradition sein von Sturz-Ledanern. Also, es führt jetzt einfach weiter. Geil. Gut. Sehr schön. Nehmen wir. Damit haben wir eigentlich alle Pflichtfelder ausgefüllt in, in, in unser, Highlight des Jahres, äh, Gespräch. Kommen wir jetzt zu deiner Frage und die dreht sich natürlich um Warhammer, ja. Das war ein ziemlich spektakuläres Jahr, wobei ich jetzt natürlich, äh, das anders, ähm, einschätzen werde als du. Weil es einfach mein erstes Warhammer-Jahr, was ich jetzt so aktiv mitbegleiten durfte, war. Aber ich sage ganz ehrlich, ähm, wir, wir hatten natürlich Anfang des Jahres das Gefühl, okay, das ist ein spannendes Thema. Äh, das, das interessiert uns sowohl jetzt als, als, als Spiel, als auch eben medienübergreifend. Ja. Aber was dann abgegangen ist dieses Jahr, war dann doch selbst für, für mich, äh, sehr überraschend. Und da ist, ich hab, wir haben eh Anfang des Jahres auch geredet, ich hab's immer verglichen, wir haben, äh, sehr früh angefangen, ähm, uns intensiv mit Marvel und DC zu beschäftigen. Äh, auch im, im Videospielmagazin damals, weil man einfach gesagt, okay, das ist ein spannendes Thema, was medienübergreifend ist, ja. Noch lang bevor diese Marvel-Movie-Hypes dann losgingen. Und natürlich waren wir dann vorne mit dabei und haben da sehr gut berichten können und, und sind dann auch als Experten und so wahrgenommen worden. Ähm, bei Warhammer ist es deutlich schneller gegangen. Es ist, es ist derzeit alles irgendwie im Zeitraffer, ähm, hat auch Nachteile, wie gesagt, da, 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 das ist jetzt nicht so, dass, das, da, da alles reibungslos funktioniert und so weiter. Stichwort Streaming-Dienst, aber, aber, ähm, es ist schon spannend. Also, ich hab, wenn du mich Anfang des Jahres gefragt hast, äh, wie es mit den Videospielen weitergeht, hab ich gesagt, okay, ich würde mir wünschen, dass ein mäßig gutes Spiel wenigstens erscheint. Nein, es sind mehrere gute Spiele erschienen dieses Jahres, ja, ähm, im Double-E-Bereich zwar, aber welche, welche, alle, die so im, im hohen 70er, 80er Wertungsbereich international auch sind. Ähm, und, und jetzt ist mit, ähm, Space Marines 2 ein, ein Spiel angekündigt worden noch Ende des Jahres, weil man dachte, okay, da, das ist eigentlich das, was ich erwartet habe, als es in den nächsten Jahren passieren wird, dass da jetzt auch mehr, ähm, wieder Spiele angekündigt werden, die halt wirklich im, im, im Triple-E sind. Plus, Warhammer, äh, Total War kommt ja auch noch. Oh, ja. Ja, also da, da tut sich einfach total viel, ja, also wir kommen eigentlich kaum nach mit, mit, ähm, der Auswahl an News, die wir da jetzt, äh, hineinsetzen, also sprich, wir sind sehr gespannt, bis da weitergeht, ja, ähm, umso mehr bin ich jetzt gespannt, was jetzt dein Highlight ist, ja, der, der jetzt nicht erst so wie ich seit Jänner da irgendwie an der Oberfläche kratzt, ja, sondern da wirklich voll mit drinnen ist, ja, Podcast gestartet hat, da einen ziemlichen Überblick hat, was ist dein Highlight, ja, wow, wow. Boah, das ist superschwierig tatsächlich, also hier habe ich auch mit einem Stand am längsten gesessen, ähm, also, ja, natürlich ein Highlight war der Start des Podcasts, ähm, was sich auch keiner von uns hatte erträumen lassen, ähm, ich habe es ein bisschen aufgeteilt, zum einen, äh, ist es halt eben bei, eine Warhammer, äh, Ereignis, sag ich mal, gesteuert durch Games Workshop, das war für mich, äh, endlich dieser Wandel, alte Miniaturen müssen ausgetauscht werden, zu neun, wir haben ja jetzt auch, gerade vor zwei Tagen oder so ging's ja los, dass sie eine riesen Elder-Range, äh, die unfassbar alt sind, ich glaube, die sind so alt wie ich fast, ähm, ähm, geteasert haben, es wird scheinbar auch eine neue Chaos-Range geben, ähm, und, ja, natürlich, als Ork-Spieler, was soll ich machen, ähm, mein Lieblings-Event war tatsächlich, dass, also, gewhegesteuert war, dass eine neue Ork-Range angekündigt wurde, und, ach Gott, ich liebe Orks, ich hab auch die Orks jetzt auf unserem Turnier, äh, am 6.11. gespielt, und, äh, es ist einfach eine Armee, die macht Spaß, also, man, wer gerne viele Würfel wirft und, äh, das mehrmals macht, der sollte Ork-Spielen, also, man hat immer die ganzen Hosentaschen voll mit Würfel und dann wirft man freudig vor sich hin. Ja. Ähm, ja, also, das war so mit mein Highlight, es gab gerade sehr schöne Modelle, vor allem, ich hab ja auch das Kilrick gespielt, dieser neue Ork-Panzer, der von einem riesen Dino mit einer Schweinchen-Nase gezogen wird. Ich, 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 ich kann das nicht laut sagen, äh, vielleicht hört sie vor Weihnachten noch den Podcast, wobei, aber das ist ja erst ein Weihnachtsgeschenk von meiner Tochter, diese Kutsche. Ja, geil. Das Ding ist riesig, also, man unterschätzt das, wenn man die Boxen anhand hat, das Ding ist wirklich riesig. Ähm, ja, und es, es hat dann einfach Spaß gemacht, auch im Turnier, ich hab, äh, gegen, inzwischen freu ich mich doch sehr, das, weil der ist jetzt Teil unseres Vereins, äh, gegen den Patrick gespielt mit seinen Harlequinen, und er meinte dann so, oh, ich hab ganz viele Melter, also, es sind halt Pistolen, die Panzer knacken normalerweise, und du spielst ja nur Fahrzeuge. Das wird ja lustig, und da hab ich auch schon gedacht, oh, das wird eklig, und wenn dann einfach die Orks loslegen, keine Ahnung, mit 60 Würfeln für die eine Waffe, 30 für die zweite, 40 für die nächste, dann schmilzt halt einfach alles, und wir haben Tränen gelacht, weil einfach die Ork-Regeln auch so absurd sind zum Teil. Ja. Also, es ist immer schön, da zuzuschauen, wenn ein Ork-Spieler loslegt und dann den Tisch mit Würfeln flutet. Ja, und als zweites, äh, Highlight, sag ich mal, nicht GW-gesteuert, war für mich, äh, die, oder waren für mich die ersten Live-Events, sag ich mal, bei denen wir dabei sein konnten, nämlich, äh, unser Turnier natürlich am 6.11., ähm, was seit anderthalb Jahren endlich mal wieder ging, ein Turnier zu spielen, und, äh, es war ja auch, man sieht ja auch das Video bei uns auf dem Kanal, und es kam auch fantastisch an, und, äh, und, na, das nächste ist schon in Planung, das heißt, es wird auch eine Road to Hildesheim Staffel 2 geben, demnächst wahrscheinlich. Sehr schön. Ähm, ja, und ansonsten natürlich das Titanicus-Event mit Dizzyfinger, ähm, Kollegen hier auch aus Deutschland, mit dem wir relativ früh schon Kontakt hatten, und der auch so, mit dem wir eigentlich täglich inzwischen Kontakt haben, und, ähm, das hat wirklich Spaß gemacht, also auch die Aufnahme mit ihm. Vielleicht auch da ganz kurz die Information für die, die, die sich nicht auskennen, da geht's um ein, ein Spin-Off-Brettspiel, äh, oder Tabletop-Spiel von, von Warhammer, nämlich Adeptus Titanicus, und da steuert, also spielt man, ähm, größere Figuren, nämlich so große Kampf-Mechs, würde ich jetzt mal kurz dazu sagen, und, und, ja, ist halt ein, ein eigenes System, dass, dass deutlich weniger Leute spielen, aber das halt, äh, immer mehr da auch Gefallen findet, weil es halt von den Regeln auch sehr, sehr ausgewogen zu sein scheint. Tatsächlich, ja, also es wird ja GW immer nachgesagt, dass, also Games Workshop immer nachgesagt, dass die ein bisschen unbalanced sind, manchmal auch mit Absicht, ähm, und Adeptus Titanicus ist wirklich fantastisch ausbalanciert, und es macht wirklich Spaß, also es fühlt sich sehr wuchtig an, also man spielt halt eine Kampfmaschine, die mehrere hundert Meter hoch ist, und theoretisch mit einem Schuss ganze Städte vernichten kann, ähm, und so fühlt es sich auch an, also, es ist wirklich ein fantastisches Spiel, und wir haben da halt jetzt das erste Mal ein Event gemacht, und, ja. Also eigentlich, sowas wie Battle-Deck, eigentlich nur halt im Warhammer-Universum. Ja, halt immer so dieses, genau, aber es eben ja, GW neigt ja immer gerne dazu, dann auch auf, äh, über 9000 zu drehen, wenn sie irgendwas machen, und das ist so im Prinzip Battle-Tech mit über 9000. Ich wollte jetzt eben nicht eins zu eins vergleichen, nur dass man sich circa vorstellen, um was es da geht, weil, wie gesagt, wenn man es nicht vor Augen hat, dann ist es immer schwer, dass man da dann mit, mitdenken kann. Ja, sehr schön, ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht, also wie gesagt, ähm, Warhammer-Plus haben wir eh auch schon gemeinsam ge-podcastet, da fand ich die letzten Wochen jetzt nicht, äh, so, so berauschend, was rauskam, wobei ich sagen muss, ich, 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 ich bin ja noch immer der Hoffnung, dass sie es hinkriegen, ja, also dass sie da, ähm, den Content noch nachschieben und dass da einfach auch durch die Pandemie irgendwie noch Produktionsprobleme gab, aber da müssen sie einfach nachlegen, vor allem auch, haben wir eh auch schon geredet damals, äh, an Apps, weil ich finde zum Beispiel den Content, den sie halt in den Walltown, also sprich, da gibt es eine Art, ähm, ja, ähm, Abo-Bibliothek, wo ältere Magazine drinnen sind von Games Workshop und Romane und Geschichten und so weiter, äh, und, und das muss irgendwie besser zugänglich sein, also das kann ich derzeit nur im Browser lesen, das ist halt nicht wirklich lustig am Tablet, und, aber wenn sie das hinkriegen, kann das noch, äh, schon gut sein, äh, ich, warte mal ab, was da noch die nächsten Monate passiert. Ja, wir haben ja ein bisschen, also wir haben auch die Kritik gekriegt, äh, dass wir ein bisschen zu hart drauf eingeschlagen haben im letzten Stammtisch, ähm, ich bin da nicht so, ich bin da gut im Glauben mehr. Ja, nein, nein, ihr wart halt auch in Deutschland, verstehe ich auch, also ich glaube, ihr habt ja nichts, äh, erwähnt auch was, 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 äh, nicht, nicht akkurat war, ich, ich, ich glaube nur, dass, dass, also ich, ich habe immer mehr das Gefühl, dass, dass Games Workshop, ähm, vielleicht dieses Jahr auch zu schnell gewachsen ist und noch zu, also manche Sachen sind einfach nicht professionell, also das ist, wobei, wenn ich, wenn ich jetzt, ich habe jetzt immer mehr Einblick, also auch da, ich kratze wirklich von außen, ja, ähm, wenn man mit, mit, mit auch mit Händlern spricht oder, oder anderen Leuten, die erzählen, wie andere Dibble-Top-Firmen agieren, ist das halt, sind die halt zehn Stufen über allen anderen, aber das Problem ist halt, dass da werden sie halt gemessen jetzt mit einem Netflix oder mit einem Warner Brothers oder, oder Disney, ja, ja, und spielen plötzlich bei, nicht bei Dibble-Top-Firmen, sondern bei großen Medienkonzernen mit, ja, und, und sind auch so notiert und ihr Aktienkurs ist ja auch dementsprechend aktiv und nach oben geschossen in dem Jahr, also ich glaube, äh, da, da, da müssen sie einfach noch mehr Leute einstellen, die sich einfach genau da in dem Segment, ähm, auch, auch gut auskennen und, und dann, dann, dann wird das schon, also ich glaube, ich, ich bin noch immer guter Hoffnung, dass das entweder noch wird oder dass sie übernommen werden von einem der großen Medienkonzerne. Also das sind die zwei Sachen, die ich, die ich sehe, ähm, weil einfach mit dem, mit dem, äh, organischen Wachstum, das sie derzeit fahren, werden sie nicht auskommen, glaube ich. Ja. Aber es ist schwer, es ist halt ein, ein eigenes Geschäftsmodell, das sie fahren, auch mit den Shops und so, ähm, ähm, ich bin, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ist auf jeden Fall. Ich glaube, da ist einiges im Umbruch. Eine sehr spannende Angelegenheit, ja. Wenn du aufs nächste Jahr blickst, übergreifend, Warhammer, Filme, Videospiele und so weiter, auf was freust du dich am meisten? Oh, das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, dafür bin ich da. Äh, ja, bei Warhammer auf jeden Fall mehr Turniere, wenn es das große Zäh zulässt, ähm, ansonsten, ähm, ja, coole neue, Kodizes, äh, für, für Warhammer 40k und Age of Sigmar, ähm, es gibt ja noch Armeen, die ziemlich gebeutelt sind, wie ich ja manchmal auch leider sehr ehrlich schreiben muss, bei meinen Artikeln zu den Fraktionen in der Nutshell, ähm, jetzt die Tau kriegen ja endlich ein Update, da hab ich schon Freudentränen in manchen Augen gesehen. Das glaub ich, ja. Ähm, da freu ich mich drauf, ich freu mich auf geile, neue, große Miniaturen, es gibt ja einen sehr großen Leak, wahrscheinlich auch aus dem Hause Games Workshop, der bis jetzt zu 100% gestimmt hat, der eine große Korn-Range ankündigt. Äh, Korn ist der Gott des Gemetzels, des Hasses, des Zorns und des Blutvergießens. Das ist auch, wer die Total War-Trailer gesehen hat, diese, dieses Feuer, der Feuertrailer war das, ne? Genau, ja. Und, ähm, mit dem Primarchen zusammen, dass da endlich die, die Chaos Space Marines, halt, das Korn kommen, also meistens Nahkämpfer, das ist ja das, was ich spiele, mit einem Primarchen, der halt irgendwie eine Axt führt, die doppelt so groß ist, wie, äh, er selber. Ähm, und da hab ich halt Bock drauf. Also, ich hab bis jetzt alle Primarchen bemalt, sei es für mich oder eben auch für andere. Mhm. Und, ähm, da freu ich mich sehr drauf. Und ansonsten natürlich auf teilweise auch echte Videospiele, also Total War Warhammer 3, da, ja, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es irgendwo eine 12, wie sehr ich mich darauf freue. Ja, ja, also ich glaub, das ist auch übergreifend, also, dass da, auf das Spiel freuen sich halt auch viele, die, die sonst mit Warhammer wenig zum Hut haben. Ja. Das ist einfach ein, ein, ein richtig gutes PC-Strategiespiel sein wird. Ja, vor allem dieses Mal haben wir auch sehr interessante Fraktionen drin, das war so für mich die größte Schwäche an Total War Warhammer 2, weil die so, naja, die Hochelfen waren ganz cool, aber sind halt jetzt auch nicht das Spannendste, Dunkelelfen sind ja auch sehr ähnlich. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gelünscht. Aber, ähm, jetzt halt mit Ogern und den Chaos-Fraktionen und, äh, Kaffei und so, das ist halt alles super vielseitig und hab ich mega Bock drauf. Und Spacermoney natürlich. Ja, also das, das, das war wirklich eine, eine, eine Ankündigung. Ich, ich, ich hab's ja wirklich befürchtet. Also, wie gesagt, ich hab, ich, ich arbeite seit, seit circa vier Wochen, hab ich an einer Kolumne gearbeitet, die kurz vor Weihnachten nicht erscheinen sollen, äh, die ein bisschen Revue passieren lässt, äh, das Jahr. Warhammer Videospiele und auch halt, wie wir gestartet sind und, und was da halt an Videospielen dieses Jahr allein rauskam und hätte, die letzten zwei Absätze geht eigentlich darum, warum wir jetzt Warhammer Space Marines 2 brauchen, warum genau so ein Spiel halt jetzt fehlt und jetzt richtig einschlagen würde, weil halt immer mehr Leute sich dafür interessieren. Ja, kann ich halt jetzt wegwerfen. Und da ist es. Muss, muss ich umschreiben, ja. Weil, es ist so, dass wir, 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 wir wussten, dass was kommt, ja. Also, wir, wir haben eine Information bekommen, ähm, dass, dass ein Spiel angekündigt wird und dass, dass es was Großes wird, ja. Und, also, die Information war, hey, cool, dass ihr eine Warhammer-Seite habt, schaut, dass bei den Game Awards wer zuschaut, ja. Also, wir wussten, da kommt was Großes. Das macht man nicht, wenn ein neuer DLC für irgendwas angekündigt wird, ja. Ähm, ich bin auch, ich hatte auch das Gefühl, es kommt was zu Space Marines, ja. Weil es einfach, da, da gab es Hinweise. Ich dachte aber, dass Sega ein Remaster bringt, ja. Weil ich wusste auch, dass, äh, Saber Interactive involviert ist. Und, äh, Saber Interactive hat zuletzt zum Beispiel gemacht, äh, einen sehr guten Remaster von Ghostbusters. Ein, äh, auch ein PS3, Xbox 360-Spiel. Sprich, ich bin davon ausgegangen, okay, die machen halt den Remaster von Space Marines. Was eh cool ist, weil du kannst zum Beispiel auf der Xbox nicht abwärtskompatibel Space Marine spielen. Und es kam mir vor kurzem sogar, was einfach alles zusammengepasst hat, vor kurzem kam ein 10-Jahres-Update. Ja, stimmt, ja. Vom ersten Space Marine für den PC-Gesprich. Wenn ihr das Original am PC habt, das gibt es für wenige Euro, oftmals sogar gratis. Also, man hat es zum Beispiel auch kostenlos bekommen, im August, wenn man den White Wolf aufgelesen hat, ja. Da war es auch dabei. Äh, wenn, wenn ihr das habt, ja, und auf Steam geht, dann ist es ein, ist es jetzt geupdatet. Ihr habt jetzt alle DLCs dabei, ihr habt, äh, ein paar Texturen sind geupdatet. Also, es ist wirklich ein schönes Update nach 10 Jahren von Sega. Und man hat gesagt, okay, die nehmen einfach dieses Update jetzt und machen einen Remaster für die Konsolen, für die PlayStation 5, für die Xbox Series. Wäre auch cool gewesen. Es gibt ja nichts Vergleichbares, ja. Es gibt jede Menge Runden-basierende Spiele, ja. Äh, im, im Warhammer-Universum, ein paar Echtzeit-Strategie-Spiele, aber sonst, so richtige Action-Kracher, so viele gibt es jetzt nicht, ja. Wobei es sich anbieten würde, ne? Sie machen jetzt einen echten Nachfolger und es sieht halt auch verdammt gut aus. Und, 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 was auch schön ist, ja, ich habe mich ja schon gefreut über den Render-Trailer, aber nein, sie zeigen ja in dem Trailer auch am Schluss Gameplay. Oh ja. Also, sprich, das Spiel ist schon lange in Entwicklung, wenn das Spiel schon so ausschaut. Und da gibt es schon Hoffnungen, dass das nächstes Jahr, Ende des nächstes Jahres erscheint. Also, das, ja. Ja, zumal, das muss man auch dazu sagen, der Trailer hat ein bisschen verraten, wo es vielleicht auch im Tabletop in der Zukunft hingeht. Ja, da gibt es ein super Analyse-Video schon. Ja, genau, weil dieser, der Titus, so heißt er, der Ultramarines-Captain, den man da spielt, ist ja inzwischen ein primares Space Marine. Ja. Und der aktuelle, oder aktuell die größte Kritik ist ja, dass die sehr, sehr limitiert sind auf die Rollen, die sie haben. Mhm. Und man sieht in diesem Fall, dass er mit einem Jump-Hack, also mit so einem Sprungmodul in den Nahkampf fliegt, was ja auch im ersten Teil einfach mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat. Ja. Und das gibt es derzeit nicht, ähm, im Tabletop. Und das ist das, was fast alle fordern, inklusive mir, weil solche Orden wie halt Blood Angels, die ich gespielt habe, die kennt man ja auch aus Battle Sector. Mhm. Die funktionieren halt nicht ohne Sprungmodule bei primares Space Marines. Und wenn sowas jetzt kommt, heißt das A, es wird wahrscheinlich neue Bausätze geben von Space Marines, das ist jetzt eher ungewöhnlich, aber B, wahrscheinlich steht dann auch noch ein neuer Space Marine-Kodex vor der Tür. Okay. Ähm, also ein Regelbuch. Und, ja. Aber heißt das aber, wir kriegen überhaupt eine neue Edition, möglichst schnell schon? Nee, glaube ich nicht. Ähm, ja. Also, es ist nicht ungewöhnlich, dass Space Marines doppelt so viele Kodizes kriegen wie die anderen Fraktionen, pro Edition. Ähm, beziehungsweise inzwischen legen sie auch so ein bisschen den Fokus, äh, rüber, auch zu den, äh, Adepta Sororitas, die sind Nonnen. Ähm, die kommen auch überall vor im Moment, ja. Genau, und das finde ich eigentlich ganz erfrischend, weil nur Space Marines ist halt auch nachweilig. Sehr schön. Ja. Ja, Jan, dann vielen Dank für deine Zeit und, äh, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du, äh, auch dabei bist beim Weihnachts- und Silvester-Podcast, denn, ja, wir hatten ja einiges miteinander zu tun in diesem Jahr und ich hoffe, das wird sich nicht ändern im, im nächsten Jahr, sondern ganz im Gegenteil, dass wir doch das eine oder andere schöne auf die Beine stellen können. äh, und mir bleibt dir und deiner, deinem Team, ja, also den, den kompletten Adeptus-Stammtisch-Team, aber natürlich auch deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr, wie auch immer es werden wird. Ich hoffe einfach, dass wir auch wirklich auch viel Real-Life machen können, ja, weil das, das ist auch, auch im ganzen Warhammer-Hobby, was, was ich jetzt dieses Jahr so miterlebt habe, ja, ähm, meine Tochter konnte, glaube ich, zwei Real-Life-Partien spielen, also das, das war das Einzige, wo wir wirklich Real-Life gespielt haben, also außerhalb von, in, in der Familie, aber, aber sonst ist es halt meistens nicht möglich gewesen, weil es, äh, der, der Spaß mit, mit Maske spielen, äh, ist jetzt auch nicht so toll und, ähm, ja, mal sehen, wie es da weitergeht im, im nächsten Jahr. Ich dauernd rück den Hester. Ja, auf jeden Fall, ja, danke, dass ich da sein durfte, auf jeden Fall, ähm, der Dank ist ganz auf meine Seite. Ich wünsche, dass dir und deiner Familie und natürlich auch dem Schock 2 Team und auch den Hörern natürlich, äh, ein frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch ins Neujahr. Ja, und schaut euch Warhammer an. Auf alle Fälle, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Juhu, ciao. Juhu, Untertitelung des ZDF, 2020